hallo freunde willkommen zurück bei day set wir sind jetzt schon ein kleines bisschen weiter wir haben uns endlich mal gesucht da ist mein bruder wir haben endlich mal gesucht und gefunden und so ein bisschen hier uns mal ausgerüstet denn wir wollen jetzt ein bisschen ressourcen suchen ein bisschen munition wir schauen uns mal die gegend bisschen um ich habe zwar auch eine pistole nur leider im moment noch keine munition eine kleine information über ein update dieser hat ein update und jetzt ob das jetzt ein fehler ist oder ob das so gewollt ist lässt sich da so ein bisschen noch diskutieren denn wir haben jetzt mehr oder weniger mehr slots frei denn vorher war das immer so du konntest nicht mehr zwei oder drei sachen in die taschen tragen und dann war es das auch schon jetzt ist tatsächlich dieses gewicht erforderlich also das heißt wenn ich jetzt neun keine ahnung was diese neun bedeutet oder die 35 im rucksack kilo oder so das kann man sich vermutlich selber ausdenken denn ist auch nur dieses gewicht erforderlich wenn meine hosentaschen neuen tragen kann denn und die dinger sind dann nur ein oder zwei der kann auch neun bis vier oder fünf sachen tragen kommt immer darauf an wie schwer die sind das ist nach meiner meinung aus schon ein kleiner vorteil gerade wenn ich da so drei pilze habt dann bin ich nicht gleich wieder voll beladen ist schon ganz gut so mal du darfst gleich mal entscheiden wohin wir gehen welche richtung ja wichtig finde ich jetzt das wäre wie eine achs finden weil irgendwie will ich jetzt ausfessen ob die matchbox jetzt streichhalter denn ich habe gerade bei disney stand ich kurz dabei wiki gucken aber es ist leider nicht so auf deutsch da habe ich so ein bisschen probleme das sind ich habe nur etwas mit camping gelesen hatte ich dir nicht diesen translator installiert wo du anklicken kannst wo hat du kannst gestock rüber ich glaube das hat sie wieder eingepanelt hoppla meine batterie ist der ich So, weiter geht's. Ich marschiere hier einfach. Ich habe Andeskreis bereit. Guck mal. Was denn? Guck mal, ich weiß nicht, ob da wieder Richtung Stadt kommt. Also, Pity, ich bin ja auch der Einzige, der im Moment ein bisschen Munition hat und uns ein bisschen zu schützen für andere Spieler, wenn wir was sehen. Die auch nicht so richtig cool. Jetzt wäre auch mal schön, wenn wir ein bisschen mal länger zusammenbleiben, Magi, ne? Ja. Und nun ist gleich wieder ein Schuss, sondern ein Wichs. Geht das. So, wir kommen in die Stadt rein, glaube ich. Das ist gut. Oder irgendwo, kann man zumindest nennen. Warte mal, hier vorne ist der Container. Im Wasser konnte ich Container öffnen, aber hier anscheinend wohl nicht. Das ist, glaube ich, wechselhaft. Man geht das, man geht das nicht. Ich habe irgendwie so eine Munition-Packung gefunden. Die leh mal aus, wenn da was drin ist. 380 Autoruns. Auto? Können Schnellfeuergewehr sein. Na, wer sagst denn, ein Messer? Jawoll. Warte, ich kann mal mal ein bisschen... Wo ist das her? Wo bist du? Ja, eigentlich, du warst hier gerade in die Dach. Ich bin ja dir. Achso. Wieso habe ich das Messer nicht gesehen? Ja, das war hier hinten in das Gebäude drin, in ein kleines. Ach, da ist dann noch eins. Okay. Kann ich damit auch die Büsche hacken? Muss ich mal ganz kurz sehen. Gucken. Ja? Ich weiß. Erstmal aufsammeln. Weil die brauche ich vermutlich für später vielleicht was anderes zu... Hä? Pili, du... Ja, vielleicht zu große Bäume. Du kannst ja keine Bäume, nur ein bisschen machen. Du weißt, Peti, ähm, ich kann dir nicht so richtig helfen, weil ich hab das eine Gewehr noch bei mir. Ich hab keine Ahnung, wie man so wirklich craftet. So, halt so weit komme ich zurecht. So, dann hab ich jetzt einen Wootenstick oder so. Könnte ich jetzt natürlich einsammeln. Hast du keinen Wootenstick oder einen großen? Weiß ich nicht. Das ist vermutlich ein kleiner. Jetzt mach ich nochmal. Was ist passiert? Gar nichts. Nehmen wir das Holz. Ist nichts weiteres passiert. Doch, ich... Daher... Ich hab, glaube ich, einen langen. Echt? Ich konnte die Kombi klicken und was passiert... Ah, nee. Das... Doch. Hä? Ich klicke Kombi... Und nichts passiert. Ich klicke Kombi und drück' dir mal RT. Mal gucken, was er jetzt macht. Ähm, Peti. Ja? Wenn du einmal kurz RT drückst, wenn du Glück hast, steht da drauf, was du machen kannst. Einmal kurz drücken ist das und wenn du zweimal RT stehen hast, kannst du dann ändern, was du dann machen möchtest. So, jetzt hab ich Holz. Und weiter nichts. Kombi. Was hab ich gemacht? Ich weiß das nicht, was ich hier produzieren tue. Jetzt hab ich wieder diesen langen Wootenstick nicht. Ich wollte das vielleicht mal mit dem Dial kombinieren. Du brauchst den langen. Ja, ich hatte jetzt, glaub ich, den langen. Daher hätte ich eine Fackel machen können. Ich glaub, ich hatte den langen. So, ich drück kurz, da passiert auch nichts. So, hier liegt jetzt Holz. Kriegst du denn das? Hä? Also, ich kann gar nichts machen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas passt denn? Weil ich ja keine Waffe hab. Wahrscheinlich brauchst du da irgendwas. Was hab ich gemacht? Da steht doch drauf, was du machst, Peti. Ja, Sharon Stick. Ja, T-Trick. Stimmt da drauf. Das sind die dünnen, kleinen Dinger, wo du eigentlich Pfeile mitmachen kannst. Ja, und wo sind die? Sind sie vielleicht in der Rucksack drin? Ich hab ja noch gar nicht eingesammelt. Ich produziere es wieder. Ich seh auch nichts. Er macht nichts. Ich lass das liegen. Warte, ich nimm ein Stück Holz mal mit. Ein Stück Holz jetzt haben. Ich muss hier das Ding nochmal machen. Und wo hab ich jetzt ein Stück Holz? In der Hosentasche. Geil. Ja, hier. So. Jetzt hab ich wieder Holz gemacht. Was hast du jetzt da? Jetzt hab ich ein Stück irgendwo bei mir. Da hier oben. Hab ich das. Das sind wieder die Sharon Sticks da. Die komischen dünnen Dinger. Ja, die dünnen Dinger, ja. Die Pfeile draus, Mann. Wie braucht man denn die großen? Weiß ich nicht mehr. Da hab ich keinen Plan. Warte mal, kann ich was? Oh, ja. Jetzt mach ich nochmal fertig. Wieder ein Sharon Stick. Einfach mitnehmen. Ja, du wolltest was versuchen? Ja. Ich hab kurz mein Gewehr weggepackt. Hm. Nee, ich kann nichts machen, Pili. Wahrscheinlich. Weil ich, ähm. Da. Ich mach jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen kann. So, ich mach mal was. So, jetzt hab ich einen Long... Einen Long Wooten Stick hab ich jetzt. Ein langer. Und ich hab ein Seil. Und damit machen kann ich, glaub ich, nichts. Muss ich vielleicht in der Hand nehmen. Okay, du hast ne Fackel. Wenn du den normalen Wooten Stick hast, kannst du eine Fackel bauen. Wie hast du das gemacht? Indem ich das Tuch hab und, äh, gedrückt hält. So, jetzt hab ich den, den Toolkit. Den mach ich kombinieren. Und jetzt steht da drauf, Like, Touch, Hold. Was das auch immer ist. Ich mach das jetzt mal. So, Magi, ich hab ein Long Wooten Stick. Und ein Seil. Wie mach ich daraus ein Pfeil und ein Bohm? Oh, sehr schön. Cool. Dein Fackel brennt. Sehr gut. Ja. Hast du nicht gedacht, einen Long Wooten Stick und, ähm, Long Wooten Stick und Seil? Machst du einen Pfeil und einen Bogen? Nee, ich hab... Ja. Und wie mach ich das? Das sollte so sein. Guck mal, ich hab die jetzt hingestellt. Ja, und wie mach ich das? Ähm, ja, du musst den, ähm, 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 Long Wooten Stick dir hinlegen. Hinlegen, okay. Ja. Seil in die Hand. Und was gibt der dir vor? Long Wooten Stick und Take und aufsammeln. Produzieren tut er mir gar nichts. Mir nicht, er gibt dir nichts mit RT vor. Nein. Okay. Dann leg ich mal das Seil hin. Nein, den Long Wooten Stick so. Er gibt mir zum Beispiel den Long Wooten Stick gar nicht mehr an. So. Nehme ich das Long Wooten Stick in der Hand, mach das umgekehrt. Was macht er mir? Gar nichts. Oh, Mann. Wie funktioniert das denn? Weiß ich nicht, sagst du es mir. Dann müssen wir mal dran arbeiten. Kombinieren kannst du mit dem langen Wooten Stick irgendwas kombinieren oder mit dem Seil jetzt. Kombi drücken. Nein. Was ist das Wooten Stick in der Hand oder gehst du aufs Seil und steht nicht kombiniert? Oh. Geht'n das jetzt? So, ich nehme meinen, diesen Stick. Geht's noch nicht so weit? Ja, das ist nicht. Okay, geht's noch kein Fein und Boom. Dann müssen wir also nochmal reinlesen. So. Wir haben versucht zu craften und hat zur weiteren nichts funktioniert. In der Maßen erstmal... Ich hab mir da hingekleitet. Ja, das ist schon mal gut. Aber ich hab's nicht gezeigt. Aber kannst du doch mal zeigen, wenn du willst. Ja, das kommt vielleicht beim nächsten Video an. Weil die Zeit ist um. Und ich will da keine Stunde wieder machen, ehrlich gesagt. Gut. Dann erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Und...